Ja und damit herzlich willkommen zurück zu live in the woods hier bei Explorer LP. Wir sind im Untergrund, wollten Obsidian abbauen, aber es gestaltet sich doch als ein bisschen schwierig. Boah, alter! Also schwieriger als angenommen, weil das ganze Obsidian in die Lava gefallen ist, verpufft ist. Also wir haben es mit Mühe und Not jetzt geschafft in der letzten Folge. Und wollen jetzt eigentlich den Heimweg antreten, beziehungsweise vielleicht noch den einen oder anderen, diese Fledermäuse, seitenarm erkunden. Wo wir noch nicht waren. Hier waren wir schon. Aber egal, wir gehen mal weiter. Was? Jetzt habe ich doch gehört. Oder bin ich das? Waren wir hier überall schon? Kann ich mir nicht vorstellen. Achso. Schon irgendwo Nest zu sein. So, ich hatte gerade irgendwas... Metall, Metall. Ich habe doch gerade Metall gesehen, oder? Wo habe ich denn gerade Metall gesehen? Da oben. Also 50 Obsidian haben wir jetzt zusammen. Ich hoffe, das reicht für unser Neta-Portal. Geht's da hin? Geht's überhaupt weiter? Weiß ich nicht. Oh Gott. Pass bloß auf, wo du hintrittst. Hast du auch noch Metall? Ja, wo wir jetzt hier unten sind? Keine Ahnung. Hier sind wir jetzt hoch, ne? Hier sind wir hoch. Voll. Hier ist düster. Hier waren wir wohl noch nicht. Die Musik tut immer so friedfertig, ne? Obwohl das Spiel noch nicht mehr ansatzweise friedfertig ist. So, hier kommen wir hoch. Was haben wir hier? Egal, wir haben's doch nicht gekundet. Guten Tag. Guten Tag. Hier macht mich fertig. Ich krieg hier graue Haare. Aber sowas von. Zu Erde. Wo kommen wir denn hier hin? Und noch eine Schuppe? Ich meine, ich hätte eine gebaut. Ja. Orte, wo du nicht sein willst. Hier ist noch Metall. Kommen sie mal her. Passt. Ach, Mann. Ja, das Neta-Portal brauchen wir. Ich will dieses automatische Lagersystem bauen. Und dafür brauchen wir aber... Neta-Quarz. Den wir natürlich nur im Neta kriegen. Das Neta-Portal kriegst du aber nur mit dem Obsidian gebaut, glaube ich. Zumindest meine ich, hätte ich das irgendwo gelesen. Deswegen haben wir jetzt fleißig Obsidian besorgt. Das ist schon wieder viel zu ruhig hier, ne? Ich trau dem Braten nicht. Dem Schweinebraten. Word. Was ist das? Ein Enderman. Do you know the Enderman? Was? Greift er eigentlich an? Ich weiß das gar nicht. Der Herr Enderman. Oder macht er nur die Show hier? Ich erschrecke dich. Nicht sterben. Nicht sterben. Alter. Was sind das für Geräusche? Okay. Die Frage, ob er angreift, ist damit zumindest schon mal beantwortet. Alter, neben dieser Höhle mal ein Ende. Das ist meine fette Ader. Das ist eine Rante. So. Ruckelt ein bisschen. Das ist noch mehr Metall. Und ich höre das Glätt. Ich höre es. Achso. Das ist hier unten irgendwo, oder? Da ist er. Da ist noch Gold. Okay, dann fangen wir erst mal von oben an. Wo war es Metall? Hier war es Metall. Okay. Hier war es Metall. Hier ruckelt aber jetzt wieder enormst. Was sollt' mir hier hoch? Sollten wir hier hoch. Oh je. Tiefe Konzentration. Hier ist es auch mal im Kreis, ne? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Hier waren wir noch nicht. Oh je. Ja, ist gut. Ja, kommt ruhig, kommt ruhig. Oh. Multi-Kill. Na, hat er mich schon am Schirm? Oh. Wo sind wir hier? Keiner weiß es. Keine Ahnung, wo wir sind. Hier ist noch Eisen. Da ist noch Eisen. Ja, guten Tag. Da müssen wir doch was essen. Hm. Keiner, 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 Keiner. Na, gut. Gut. So, let's. Ja, das Spiel ist gut. Ich habe so schon Schiss genommen. Du brauchst ja nicht noch nachhaken hier. Wir müssen erstmal was essen, bevor wir jetzt hier anfangen rumzuwurren. Essenstechnisch wird langsam mau hier. Das heißt, wir müssen bald die Heimreise angehen. Das heißt, wir müssen bald die Heimreise angehen. Ich will eigentlich nach Hause. Hatte ich das schon erwähnt? Nein, ne? Hm, ob hier was ist? Das muss jetzt auch die letzte Pickaxe sein. Ich glaube, hier kommt nix. Ganz verarscht. Vielleicht in die Richtung. Versuch macht klug. Aber ich glaube, hier ist auch nix. Bisschen Salz. Ne, noch nicht mehr. Was ist das? Doch Salz. Na ja, kann man wieder gehen. Ja, sie warten schon auf uns. Die Geschöpfe der Nacht sind unreich. Sie wollen dein Blut. Und ich will das Metall. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Das Shale. Das Scrabble. Ah, scheint aber nix zu sein. Okay. Und ich habe keinen Plan mehr, wo wir sind. Echt nicht mehr ansatzweise. Fiete. Irgendwo wird schon rausgehen. Aber das hier ist gänzlich der falsche Weg. Was? Ruckel, ruckel. Auf jeden Fall haben wir die Taschen wieder voll mit Metall. Das lasse ich jetzt mal da. Warte, noch mehr. Und? Guten Tag. Vielen Dank. Alles so geplant. Was ist das? Auch Essen und Nasse? Ich habe hier gefangen. Deine Person. Ich habe hier die Sachen kommen. Ich habe hier ein Partners in mir gedacht. haben wir bis jetzt hier unten nur einen einzigen von diesen Spawnern gefunden, ne? okay, wir haben leider kein Wasser dabei, schade, 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 schade. Können wir das dazu machen, aber es bringt uns sowieso nichts. Okay, könnte hier was sein. Theoretisch ist alles möglich, ne? Aber ich glaube, das ist nichts hier. Außer Framedrops ist hier unten nichts. Na ja, da kommt nix. Okay. Könnte hier was kommen? Was ist das Gravel? Könnte hier noch was zum Vorschein? Kann da noch was das ist? Nein. Okay. Okay, dann ab nach Haus. Irgendwie. Also diesen Fehler nach unten zu buddeln, den mache ich auch jedes Mal. Obwohl ich überall gelesen habe, das soll man nicht machen, weil, ne? Du plopst einen Block weg, auf dem du stehst und unter dir nur noch Untergrund und du bist tot. Aber manche Leute lernen halt nur den Schaden. Ruckel, ruckel, ja wir gehen. Alles gut. Alter, zwei Sklette. Drecksack-Schweine. Ohne Spinne. Komm, Gundula. Leck, leck, leck. Nicht jetzt lecken. Was macht die? Alter. Bin ich hier oft? Noch eine. Ja, komm. Hier bin ich. Ah, du triffst doch noch von da unten, du Drecksack. Wo sind wir hier? Alter, 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 alter. Ich wollte hier jetzt eigentlich kein Metall mehr mitnehmen, aber ich kann einfach nicht hineinsandern. Das ist so richtig geil. Steck den Pfeil an der Wand? Nice. Ja. Wo ist er? Hä? Hä? Jetzt ruckelt aber ganz schön. Woher war da noch mehr Metall, oder? Da. Das war's. So, jetzt nur noch gucken, ob wir rauskommen. Ich, äh... Ja, gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Hallöchen. Hallöchen. Total verfranst. Hier sind wir, glaube ich, ganz falsch. Gut, 24 Minuten, dann machen wir hier aber auch einen Cut. Und versuchen dann in der nächsten Folge nach Hause zu kommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020